Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Moonlight. Mal schauen, ob man heute da durchkommt bei dem Dungeon. Ähm, das Ganze ist echt schon ziemlich komisch. Au, ich hoffe den Stein nicht aufgepasst. Au, du sollst da reinrollen, du Mistviech. Ja, geht ja. Was, der ist mal entledigt. Ah ey, das wird echt schon hart. Was ich meine, das ist gut. Das wird wirklich schon hart. So. 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 Sehr gut. Boah, der hat viel getroppt. So, dann schauen wir da wieder rein. Sehr gut. Zack, 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 zack. Sehr gut. Boah, ich habe jetzt echt Angst, da durchzugehen. So, jetzt geht's. Vielleicht wird schon verlangt, dass wir uns einen Baum holen sollen. Irgendwie. So. Da werden wir durch. Achso. Die links, die Krüge. Die manchmal was drahtroppen. Draht, die drahtroppen. Ja. Zurück. Und da auch nochmal zurück. Und da auch nochmal zurück. So, und dann hier raus. Man kann halt sagen, was man will. Es ging einfach zu gut. Jetzt muss es anfangen, schwerer zu werden, ne? Oh, das ging gut. So. Zack, zack. Hüpf, 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 hüpf. Zack. So, zack, zack, zack. So. Jetzt auch erledigt. Oh. Oder auch nichts. Doch. Alles gut. Nein. Nein. So, jetzt haben wir. So. Schauen wir, was in der Truhe ist. Sehr gut. Sehr gut. Da drüben haben wir das Buch. Aber ich glaube, das hatten wir schon alles, ne? Ja. Die Steine im Weg legen, die hatten wir schon. So, und dann den nächsten Gang. So, und dann den nächsten Gang. Schön wäre es, wenn es bald mal was zum Heidel geben könnte. Fast, das hätten wir. Zack, zack. Fast. Ja, sehr guter Mensch. Moldat. Weiter geht's. Sehr ostiliate Damen. So. So, das haben wir auch. Und zur nächsten Abteilung. Ein Zweig. Okay. Ja. Das sind echt grobe Gegner. Warum? Aber. Au. So, den hätten wir mal. Aber wie machen wir den kaputt? Ich habe schon eine Idee. Hä? Ich hatte... Ah! Äh. Falsche Tasse. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Jawohl. Haben wir dich schon, du Kerl. Wie viel Platz haben wir in der Tasche? Mann, wie hat noch so viel Platz? Ich habe halt nichts mehr zum Heilen. Ich glaube, wir lassen es gut sein. Ich glaube, wir hauen ab. Da wir jetzt gar nicht so wenig Beute haben, lass es gut sein. Ja. Ist, glaube ich, besser. Ja. Ja. Dann schauen wir mal. Ja, ich meine, zehn Stück von dem. Das ist ja nicht schlecht. Ähm. So. Wie schaut es preistechnisch aus? Und das ist gut. Da wissen wir es noch nicht. Ähm. Da wissen wir es noch nicht. Ah, da wissen wir es schon, meine ich. So. Ich habe jetzt auf das gedacht und, äh, gedacht, da weiß es nicht. Verdammt. Äh, so. Hm, hm, hm. Ja, das klumpert mal weg. Was ist das da eigentlich? Florafleisch. Der hohe Fasernanteil hat in diesen Pflanzen noch immer Bestand. Sehr nützlich zur Ausrüstungsherstellung. Hm. Okay. Ah, dann wird das das Item sein, was wir gebraucht haben für die Schuhe, glaube ich. Fünf müsste passen. Richtig. Fünfzehn passt auch. Dreihundertfünfzig, bitte. Und. Hundertsechzig, ja. So. Na, machen wir mal auf. Ah, geht noch nicht, weil Nacht ist, ne? Jetzt könnte man theoretisch nochmal in den Dungeon. Habe ich das richtig verstanden? Es geht sich zeitlich aus. Das wäre super. Dann schmeiße ich alles raus. Äh, bis auf das Gelee. Da können wir noch fix was kaufen. Also basteln. Also brauchen. Lauf, 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 lauf. Vielleicht haben wir Glück und es geht sich echt aus. Hallo. Ich hätte bitte gerne einen... Na, falsch gedrückt. Einen Trank. Und zwar alles, was du hast. Ja, bitte. Dankeschön. So. Und gleich. Zack. Zack. Dann gehen wir es nochmal an. Da wir die Zeit haben. Da es noch Nacht ist, warum nicht? So. Und rein da. Dann gehen wir es nochmal an. So. Seh, was? Alter. Hä? Was? Bin ich da runtergefallen? Die trocken gar nichts? Das ist schon Sauerei. Dafür ist hier mehr drin. Ist verziehen. So. Komm, einer geht noch. Schlag. Was haben wir hier Schönes? Hä? Was ist denn das? Hey, lass mal. Kaputte Schleuder. Ähm. Ein zerlummtes Stück Leder voller Löcher. Damit lässt sich bestimmt kein Projektil mehr abfeuern. Okay. Cool. Aber die Helden wollen scheinbar das nur noch haben. Zack, zack, zack. Jawohl. Gut gemacht. Und? Jawohl. Und dem kann man eh nicht genug haben. So. Passt, erledigt. Und raus wieder. Hm, läuft ja gar nicht so schlecht. So, rauf würde ich sagen. Oh, sehr gut. Ah. Mhm. Das ist einfach. So. Au. So, jetzt müssen die beiden weg. Sehr gut. Jetzt können wir uns mit dem da befassen. Passt, sehr gut. Und jetzt mit dem da. Oh, ein Schlicht. Sehr fein. Jawohl, Stoff und Gießerei. Überweste. Super. Sehr gut. Das lief besser als gedacht. So. Gut. Nächster. Ach. Und? Na? Jawohl. Du gehörst schon. Oh, doch nicht. Hat er mit ein oder so überlebt mit einem Leben. Ja, ich glaube, können wir jetzt nächste Abteil. So. Das machen wir ein bisschen was noch zusammenkriegen. Ah. Was war? Fluch-Effekt eines angrenzenden Gegenstandes blockiert. Aha. Warte. Tauschen wir's mit dem. Man kann nix besinnen. So. Das ist ein bisschen Rufchen. So, ich explodiere dann das Ding schon wieder. Okay. Schreck, lass nach. So. Das ist ein bisschen So. 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 Das lief super. So. So. Blub, 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 blub. Kommt's nachher, ihr Viecher. Sehr gut. So. Dumm. Da kann man da mal reinschauen. Oh, geht. Ist nicht so schlimm, da raus. Oh, außer das Viecher natürlich. Ist nicht so schlimm. Ah. Oh. Aha. Das war's. Na, jetzt ist das Ding ja weg. Ah, das ist so bitter. Oh Mann, ey. Diese Viecher machen mich fertig. Mach'n die Viecher nirgends. Mach' schau. Puh, echt, das war wieder schlecht. Ohne Ende schlecht. Bitte habt mal was, Träger. Nö. Puh, echt. Oh, gut. Boah. Ey, was soll das? Wo soll er leuchtet das jetzt auf? Ey. Klump hat echt ein bisschen Updates. Okay, da geht nichts weiter. Dann schleichen wir uns wieder. Gut. Ach, Mann. Geh auf die Seite. So. Aber ich finde, diese Laubdinger da genug Energie hab', weiß ich nicht. Also nicht, wenn's schon so anfängt. Hau drauf. Boah, der hat nicht einmal was. Da ist wieder ein Buch. Oh! Ich vergiss immer, dass der durch die Wand schießen kann, ne? Oh Mann, ey. Das ärgert mich jetzt schon wieder so. Ach Gott, das ist so scheiße. Ja, dich brauch ich auch nicht mehr, du scheiß Pumann-Duellentiger. Ach, geh, leg mich auf. Du Schleimhafen, du Dreckiger. Geh sterben, du Viech. Echt unglaublich. Boah, das ist auch schon so warm, wie der Dreck. Oh, nein. Ihr könnt ausrasten, echt. Woher das so ein Buch ist. Ist das wieder das mit Golem? Golem Fieber. Der Text ist alt und verblichen, aber die Schnitzereien am Stein sind filigran und sehr detailliert. Das ist so nervig. Boah, jetzt trifft er wieder nix. Weil er doof ist. Ja, kann schon wieder heimgehen. Ja, das war nix. Das war nur ein eleganter Schuss in den Ofen. Ja, da kann ich stolz sein auf mich, wirklich. Hätte so schöne Beute gehabt. Boah, ist das ärgerlich. Oh Gott, ist das ärgerlich. Na, wenigstens ist Tag. Was will man mehr? Ja, lass mich rein. Boah, ist das ärgerlich. Ja, was soll man machen? Das brauchen wir streng sehen eh nicht. Gut. Die Tische sind voll. Und würde ich sagen, wir fangen an mit dem Verkaufen. Grüß euch, die Damen und die Herren. Jawohl. Bam, bam. Danke. Danke. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. Das haben wir denn noch schönes. Ich würde sagen, das Buch. Wieder mit fünfe anfangen? Das sehen wir dann eben. Dankeschön, ähm, danke und danke und Dankeschön. So, ähm, würde ich sagen, das da. Haben wir da schon? Ja. Damit dann. Dann würde ich sagen, wo haben wir noch viel? Das da. Und, ah, da haben wir genug, warte. Äh, das da. Das war diese Faser, genau. Ich würde sagen, 200. Du, Nett. Ich werde dir schon helfen. Du Fiech. Na, nur so tief wie Probleme. Hm, danke. Okay. Da scheint das Buch zu teuer zu sein. Oder auch nicht. Was hat sie angeschaut? War das zu teuer? Kann nicht sein. Vielleicht soll ich ja vier runter. Ah, draussen könnte ich noch was hin platzieren. Moment, das da. 110, dann würde ich sagen, 100. Dankeschön. Dankeschön. So, was haben wir noch? Das da. Danke. Dann machen wir hier... Das da. Und das da. 110. Passt. 150. Nehmen wir 160. Na, so geht das nicht. Du Gauner. So. Den Stoff wollte ich noch kontrollieren. 200 ist ein Schnäppchen. So. Das ist wieder so ein Typ, oder? Ich seh dich. Schuft. Ne, na, na, na. Ach, jetzt hab ich nicht erwischt. Ich hab ihn nicht erwischt. Ich hab jetzt so gekehrt, dass das Buch nicht mitgenommen hat. Oh, bin die doof. Wir haben ihn erwischt. Gar keine Chance gehabt jetzt. Ich hab ihn nicht vorbeigerollt. Okay, da ist er zornig. Ah, das haben wir 300. Okay, dann brüllen wir's mit 70. 72. 72. 72. 72. 72. So. Stein. Einmal nicht mehr. Das können wir noch hergeben. Oh, da ist er zwar nicht. Aber... Ist da nicht! Ich muss schauen, ob 200 Bässe sind. Ah, heute nicht mehr. Okay. Ich glaube, das haben wir nicht so viel verdient. Ah, 7000. Das geht. Ist okay. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Jetzt können wir noch einmal uns in den Dungeon wagen. Und dann können wir Schluss machen für heute. So. Da würde ich sagen, gehen wir es an. Das wundert mir aber echt, dass ich dieses Geschäft nicht kaufen kann. Komisch. Naja. Was soll's? Geh mal in den Dungeon. So. Ein Aber. Ein weiteres Mal. Hoffentlich haben wir mehr Glück. So. So. So, geht ja. Oh, Mann. So. Mann, das ist kleine Viech. Geh ein. Du bist Viech. Yeah, ein Trank. Steht noch was? Was haben wir denn da? Die Golems, die sich in diesen Steinenhallen umhertreiben, sind sehr robust, aber ihre Bewegungen sind langsam und verherselbar. Einigen von ihnen genügt aber nur ein richtiger Treffer, um ihre Opfer zu bedäumen. Da ist Vorsicht gebunden. Ja. Das wissen wir schon. Schön. Und die. So. Da wächst es einer tropft uns gescheitzt. So. Passt. Und erledigt. Ja, kann man eigentlich in die zweite... Pah, ist das keine gute Idee eigentlich. Egal. Alter, wie kann... Ach so, der Wasserhain, ne? Ah, in den Rücken muss ich ihn treffen. Okay. Scheinbar. Ja. Ah, da. Kannst du weg, saft nicht dran? Wir gewonnen es, sozeron. Da hat man ja mal was. Verstehst? Dafür haben wir da ein bisschen was. Gut. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Dann gehen wir da rein. Okay, das geht gut. Das geht auch gut. Nächster Raum. Oh je. Ja. Du bist eine Bedrohung. Du musst zuerst weg. Ja, voll getroffen. Alter, von wegen Bedrohung. Wieso hat er nichts getroffen? Wieso hat er nichts getroffen? Einmal... Nein, roll, roll, roll weg. Die Wand. Ich hasse Wände. Ich hasse Fels und ich hasse Steine. Boah, ist das gemein. Es hat sich fest, äh, es kann nicht schräg weg. Schräg nach unten rollen, geht schwer. Das macht er nicht wirklich. Boah, mit dem... Boah. Das ist halt echt hart. Das ist halt echt hart. Aber jetzt. Aber jetzt. So. Sehr gut. Wir trocken wenigstens mal was. Sehr gut. Was haben wir da drin? Stoff und wieder diesen Schrott. Da bleibst du. Immer schön hier mit der Nachbeute. So. Ist echt unglaublich, ne? So. Und gut. Ah, dann wird es sowas. Motten, bla bla. So. Da müssen wir hin. Was? Das haben wir. Das haben wir auch. Passt. Aber auch. Zwar nicht alles bekommen, aber besser als nix. So. Es wäre gut, so ein Bruno zu kriegen. Zum Haie noch. Da ist er. Sehr gut. Ach. Schön. Und weiter geht's. Was zum Teufel ist denn das? Alter. Eine boshafte Truhe. Okay. Was haben wir da jetzt wieder bekommen? Ist das ein Anhänger? Runenwerkzeug. War das nicht wichtig? Sieht wie ein Werkzeug aus, mit dessen Hilfe man Text in Metall und Stein einmeißeln kann. Ob ich meine Aussage damit Runen zufügen kann? Na, glaube ich nicht, dass das für uns ist. Zum Verkaufen. Ja, aber nicht für uns, oder? Okay, noch bin ich ja billig gesund. Und zack. Boah, du Viech. So, geht ja. Und der nächste Raum. Natürlich, andere. Boah, Glück gehabt. So. Jetzt gehen wir schnell zurück. Ja, da unten gehen wir gleich hin. Ich gehe mir nur schnell gesund machen. So. Ah, wir gehen jetzt. Gut. So, dann schauen wir mal. Sehr gut. Ja. Na, komm. Da kommen sie schon da. Passt. Die Firma dankt. Ah, da drüben ist noch ein Gang. Und da wird es dann wohl hingehen zum nächsten Abteil. Wie viel Platz haben wir? Oh, eigentlich gar nichts mehr. Da ist es glaube ich schon okay. Wenn wir den Raum noch schaffen. Komm. Ah, komm. So. Puh. Okay, ich musste mal einen Drang nehmen. Noch einen. Weiter. So. Okay, da ist der Übergang zum nächsten Raum. Ich glaube, am wenigsten wert sind eh die. Dann machen wir Gold draus. Passt. So. Dann würde ich sagen, wir hauen ab. Tschüssi. Tschüssi. Jo. Das passt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir haben es wieder geschafft. Und beenden den Part hier. Ihr Lieben, das war es wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.